Kypernetische Supersoldaten und ein durchgeknallter David Gale mit Hasenmaske. Jetzt beim Trashtaucher. Einen wunderschönen guten, bitte beliebige Tageszeit einfügen an euch da draußen. Hier ist der Trashtaucher und ich habe wieder was Schönes, was Alienmäßiges, was Monstriges, was Schundriges für euch im Petto. Heute haben wir den guten Syngenor. Und wie ihr es gewohnt seid, kriege ich erstmal ein Kurzreview, danach kriegt ihr ein Unboxing, Timecodes unten in der Folgenbeschreibung und let's go. Ja worum geht es in Syngenor? Wir haben hier eine durchgeknallte, etwas überambitionierte Waffenfirma der Zukunft, ihres Namens Cyberdyne, die um zukünftige Kriege noch schneller gewinnen zu können und einfach einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu haben, entwickeln sie einen kybernetischen Supersoldaten, basierend auf einem Monster, das in jeder Art von Terrain zurechtkommt und die Besonderheit hat, sich innerhalb von 24 Stunden zu regenerieren und zu replizieren und so unbesiegbar werden soll. Ja wie es mit so unbesiegbaren Supersoldaten an sich hat, gehen die relativ schnell mal außer Kontrolle und dann ist die Cyberdyne Firma schnell. Selbst Kriegsschauplatz und die eigenen Sicherheitskräfte müssen gegen die Supersoldaten kämpfen. Und mittendrin in diesem Gedümmel sind natürlich auch ein paar Zivilisten, Schrägschräg Journalisten, die haargenau über diese bösen Machtschaften von Cyberdyne berichten wollen, um die Welt aufzuklären. Was passiert dahinter verschlossenen Türen und warum ist der Firmenchef so ein durchgeknallter Asozialer? Ja das ist die Synopsis von Syngenor und ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe den Film das erste Mal jetzt gesehen, ist ein Monsterfilm von 1990, was ich nicht wusste. Es ist eine Fortsetzung, das heißt es gibt tatsächlich einen Vorläufer davon, der heißt Scare to Death von 1980 von William Malone und der wird hier fortgesetzt von einem Regisseur, dessen Name wahrscheinlich nicht von Belang ist, weil er vorher ja für den Playboy Videos hauptsächlich gemacht hat und auch da nie wieder groß im Horrormarkt gelandet ist oder Science Fiction. Und das ist genau das Problem, was ich mit Syngenor habe. Also wir haben, ich war so ein bisschen zwiegespalten, weil der Film ist wirklich nur semi gut. Also auf der einen Seite haben wir wirklich ein ganz witziges Szenario mit dieser Firma, die eben dieses Monster-Modell aufgreift und dann immer wieder, es gibt ein Präsentationsvideo, die diesen Syngenor-Krieger vorstellt und das läuft gefühlt zehnmal innerhalb von diesem Film. Und die sind schon sehr selbstsicher, dass die da mit dem großen Hit auf dem Weltkriegsmarkt landen werden. Ja, das Problem ist halt nur, dass diese Syngenors nicht so leicht zu kontrollieren sind, wie sie gedacht haben. Denn wer hätte gedacht, es läuft was schief, einer kommt raus und dann geht das große Gemetzel im Keller-Labor los. Und dann hast du dann entsprechend viel Monster-Action, aber keine besonders spannende, keine besonders blutige, würde ich sogar fast sagen. Also wir haben jetzt nicht die Creature-Effekts des Todes. Also die Monster sind auch einfach nur Anzüge, also es sind die typischen Männer in Gummi, die da herumspazieren und auch relativ steif sind. Auch der Kopf, es wirkt alles sehr unbeweglich. Das ist für 1990 schon fast ein bisschen rückständig. Also da war selbst der Jill-Man aus Schrecken vom Amazonas, mein guter Freund hier, wesentlich flexibler, muss ich zugeben. Und auch ein bisschen beängstigender, weil die Syngenor erinnern mich an so eine Mischung aus, erinnert ihr euch an Nightbeast? An das schöne Disco-Alien? Eine Mischung aus dem und aus Slithers, den habe ich mal in meinem Podcast besprochen, so ein Pseudo-Sumpfmonster-Abklatsch. Also so sehen die irgendwie aus, aber halt als Soldaten. Aber sie tragen halt keine Uniform oder so, sind halt einfach nackt und laufen da im Keller rum. Und die Hauptfiguren sind auch relativ belanglos. Also dieser Journalist ist einfach super aufdringlich und er will unbedingt in diesen Keller und das rausfinden. Und da wehren sich natürlich die Firmenobersten dagegen und wollen das verhindern und haben aber selbst auch so eigene Ideen, was sie damit machen wollen, wie sie sich selbst bereichern können damit. Und das ist dann alles so ein Geschacher und ja, also die Figuren sind auch einfach nicht interessant. Ja, aber warum hast du dir den Film dann geholt, fragt ihr euch jetzt bestimmt, wenn ich den gar nicht mal so gut finde oder halt nur semi-gut. Ja, der Hauptgrund war tatsächlich, als ich vor dem Kauf in den Cast mal geschaut habe und bin über den Namen David Gale gestolpert. Und ich muss zugeben, ich liebe David Gale. Und David Gale kennt, glaube ich, jeder B-Movie- oder Trash-Film-Liebhaber. Ob es jetzt über Re-Animator ist, wo er wirklich seine Paraderolle gespielt hat als abgetrennter Kopfwissenschaftler oder auch in Sachen wie The Brain oder The Giver bzw. Mootronics mit Mark Hamill. Also der Typ hat einfach in seiner Karriere, die leider zu kurz war, weil er schon mit 54 gestorben ist bei einer Herzoperation, hat er doch seine Spuren im B-Movie- und Trash-Segment hinterlassen. Und ich finde ihn bis heute einen der durchgeknalltesten, kongenialsten Secondhand-Schauspieler, die der Mark damals zu bieten hatte. Und in Singenor, und das kann ich euch versichern, wenn ihr auf David Gale eine One-Man-Show abfahrt, der Film liefert. Ohne Ende, lustig und durchgeknallt. Also David Gale durfte hier einfach wirklich mal freidrehen, also richtig, richtig freidrehen. Das hatte auch in Interviews, ist das durchgekommen, dass da der Regisseur ihm relativ viele Freiheiten gelassen hat, vor allem kreative und die hat David Gale genutzt. Und er spielt diese Wandlung von diesem Firmenboss, der einerseits, der ist total schizophren, er ist absolut depressiv zum Teil, dann ist er wieder absolut euphorisch bis hin zu aggressiv gegenüber seinen eigenen Mitarbeitern. Und dann ist er einfach nur die ganz andere Sparte durchgeknallt. Ohne Ende, crazy as fuck. Und der Typ, das fand ich richtig witzig, er spritzt sich den ganzen Film über so ein leuchtend grünes Serum in den Hals. Reanimator-Fans horchen auf. Man erfährt aber leider nicht, was es ist. Man weiß nur, es scheint sein Leben irgendwie zu verlängern, ihn aber auch mehr und mehr in den Wahnsinn driften zu lassen. Und das merkt man und das macht David Gale so geil abgefuckt. Also der Typ, er hat dann auch schon so eine richtige Wulst am Hals, so eine Einstechstelle, die dann immer mehr, also es sieht dann aus wie so eine riesige Warze und er wird auch darauf angesprochen. Und er sticht immer wieder die Nadel in dieselbe Stelle. Boah, also da, 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 also wer mit Nadeln nicht so gut kann, der wird bei den Stellen ein bisschen zucken. Aber David Gale und zum Ende hin, wenn er dann quasi im Labor sitzt mit einer Hasenmaske auf dem Hinterkopf und dann durchs Labor springt und die Leute mit einer Minigun beschießt und es ist super geil. Also Syngenor, allein so als Monster-Movie ist er so lala, also hat mich nicht ganz so überzeugt. Aber David Gale-Fans kommen auf ihre Kosten und ich will einfach mal behaupten, das ist eine seiner, seiner durchgeknalltesten und besten Leistungen, die er geliefert hat in seiner kurzen Laufbahn. Und deswegen kann ich euch empfehlen, Syngenor eine Chance zu geben und zu sagen, okay, ihr wollt euch in der Hinrichtung, ihr findet David Gale cool, dann könnt ihr euch ihn auf jeden Fall angucken. Ansonsten, wenn ihr mit Monster-Movies sowieso vertraut seid, dann vielleicht findet ihr auch Spaß dran. Also ich kannte jetzt den Vorgänger leider nicht, deswegen kann ich nicht sagen, ob Syngenor besser oder schlechter als der erste Teil ist. Mich hat er nur semi überzeugt, aber David Gale hat es rausgerissen und was das sonst noch am Media Book rausreißt, damit man sich vielleicht diese Version von Syngenor holen sollte, das könnt ihr jetzt in meinem Unboxing sehen. Viel Spaß. So, hier haben wir das Media Book von Syngenor, hier in der VHS-Edition von Digidreams, was man auch schnell an der Optik erkennt, was ja wie eine abgenutzte VHS aussehen soll, Vorder-Wie-Rückseite, auch hier schön mit den alten Babbern, die man ja in der Videothek zum Teil drauf hatte. Und nicht zurückgespulter Film kostet eine Euro Gebühr, beziehungsweise eine Mark damals. Ach ja, wer erinnert sich noch an Videotheken? Das war schön. Genau, deswegen habe ich mir gedacht, kann ich mir die Edition hier mal besorgen und euch mal vorstellen. Ich finde erstmal das Cover-Design voll in Ordnung. Also es hat im Zentrum eben einen dieser Syngenor-Super-Soldaten. Wir haben, ja, ansonsten ist er nur in seiner Kryokammer entsprechend zu sehen. Also hier schön mit den Gitterstäben. Ansonsten ist das gesamte Design in diesem hellblau Ton gehalten, was sehr gut natürlich zur Titelschrift auch passt. Hier nochmal mit beworben, dass die Special Effects von den Machern von Abyss und Alien sind. Also wenn ihr mein Review gesehen habt, dann wisst ihr, okay, das heißt jetzt nicht, dass der Film explizit gut in den Effekten gemacht ist. Aber er ist solide. Und das hier ist die Seite. Hier einfach nur mit dem Schriftzug. Auch wieder mit der schönen Retro-VHS-Optik. Hier mit kleinen Aufbabbern drauf. Ist auch an Cut. Und die Rückseite hat insofern keine großen Geheimnisse. Das Titelbild ist relativ, ja, nichts sagend. Weil es eben einfach nur so ein Skizzenbild aus diesem Super-Soldaten-Projekt ist. Und hier haben wir ein paar Szenenbilder. Unter anderem hier mit David Gale. Auf den bin ich ja in meinem Kurzreview schon sehr gut eingegangen. Es ist eine limitierte Fassung, daher auch die Nummerierung. Schade finde ich es natürlich, die ist einfach nur mit einem Fineliner draufgeschrieben. Ich mag ehrlich gesagt die Print-Version ein kleines bisschen lieber, aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Oder ein schöner Retro-Aufbapper. Das wäre auch cool gewesen. Dann hätte es zum Rest von der VHS-Edition auch gepasst. Aber trotzdem gefällt mir der optisch wirklich sehr gut. Schauen wir mal ins Innenleben. Wenn wir aufklappen, haben wir erstmal auf der linken Seite die DVD und die Blu-Ray von Singenor. Wenn wir die rausnehmen, was nicht immer so einfach geht. Ich gebe mir Mühe. Denn die haben hier diesen, ja, diese blöden Spangen nenne ich es einfach mal. Wir haben auch leider keinen Background, also keinen zum Film passenden. Wir haben hier einfach Digi-Dreams in ihrer, ich vermute, dass das zu dieser VHS-Edition Variante dazugehört, dass dieser Background gewählt wird. Dass der wahrscheinlich bei den anderen VHS-Editionen einheitlich ist. Aber ist insofern nicht von großer Ästhetik, nenne ich es mal so. Ist nicht schlecht, aber... So, als nächstes schaue ich mal auf die rechte Seite. Hier ist der Hintergrund ist wieder dasselbe. Aber hier haben wir zwei Discs von einem komplett anderen Film. Denn wir haben einen Bonus-Film in diesem Media Book, nämlich Split Second von Rutger Hauer. Oder beziehungsweise mit Rutger Hauer. Und auch ein Monster-Movie aus der entsprechenden Zeit um die 90er herum. Und auch hier jeweils in der DVD- und Blu-Ray-Fassung. Das fand ich sehr überraschend. Denn wenn man sich die Außenseite mal anschaut, hier ist nichts erwähnt von einem Bonus-Film oder Split Second genannt. Und auch auf der Rückseite muss man schon genauer hinschauen. Nämlich hier unten, ganz klein, steht dann Bonus-Film Split Second. Und das hat mich doch ein bisschen überrascht. Und ich finde, das ist ein ganz netter Move. Weil zwei Filme in einem ist immer gut. Und gerade bei Singenor, der ja nicht die Bombe ist. Und Split Second habe ich jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht könnt ihr da mehr zu sagen, ob der sich auch rentiert. Aber ich sag mal, wenn das jetzt zwei semi-gute Monster-Movies aus den 90ern sind. Oder Science-Fiction-Movies. Dann haben wir doch hier eine ganz gute Ausbeute. Und auch die Ausbeute, was das Booklet angeht, ist relativ mächtig. Also es sind 28 Seiten insgesamt. Aber eigentlich sind es zwei Booklets. Nämlich der erste Teil, die ersten 14 Seiten bis hier ungefähr. Ihr seht, beziehen sich komplett auf Split Second. One-Man-Show vs. Monster mit Filminformationen. Und entsprechend, also hier ist vor 92 ist der Film. Und hier haben wir dann entsprechend Text mit Bebilderung anbei. Also hier auch ein bisschen explizitere Bebilderung. Also das finde ich immer ganz schön. Ist alles in so einem matten, etwas dickeren Papier gehalten. Mit einer schönen Einfassung. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist auch ein in Ordnunger Text von dem guten Nando Rohner, der den hier geschrieben hat. Und wir haben bis hierhin auch noch, jetzt kommen nur noch voll bebilderte Seiten. So, jetzt sind wir in der Mitte angekommen. Und in klassischer VHS-Manier. Also wir haben hier quasi die erste Videokassette mit Split Second. Vorderseite, Rückseite mit den wunderbaren Spulen. Und jetzt kommt das zweite Booklet im Booklet. Nämlich erst jetzt kommt Singenor. Und auch wieder eigentlich im selben Aufbau. Auch erst mit groben Filminformationen. Dann wird auf den Background eingegangen. Auf die Entstehung. Auf David Gale nochmal im expliziten. Weil er ja hier, ich sag mal, eigentlich die Hauptrolle ist in diesem Film. Und mit Plakaten und auch nochmal Vollbebilderung. Leider hier ein bisschen dunkel geraten. Aber ist gar nicht so wild. Und dann war es das mit dem Booklet. Und ich finde es ja cool, wenn man sagt, okay, wir packen nicht einfach nur einen Bonusfilm dazu. Und lassen den unerwähnt im Booklet. Sondern wir widmen dem sogar ein eigenes 14-seitiges Booklet. Also wenn man jetzt die Bilder abzieht, sind es wahrscheinlich nur noch elf oder zwölf Seiten. Aber was mich doch irritiert. Und das finde ich, das ist eigentlich ein Versäumnis. Weil warum ist Split Second vorne? Also wir fangen ja, blöd gesagt, das Media Book ist dazu konzipiert, von links nach rechts zu gehen. Also die Leserichtung ist ja keine ungewohnte hier im europäischen Raum. Und dass dann zuerst Split Second kommt, wundert mich doch. Denn eigentlich ist doch Singenor der Hauptfilm. Der ja sogar auf dem Cover zu sehen ist. Und nicht mal Split Second hier irgendwo erwähnt wird. Also das hat mich irritiert. Also ich weiß jetzt nicht, ob da einfach falsch geheftet wurde. Oder warum wurde diese Entscheidung getroffen. Ich kann es nicht ganz verstehen. Aber gut, es ist nun mal so, man kann es auch leider nicht umheften. Also man muss es jetzt in Kauf nehmen und muss jetzt immer jedes Mal erstmal an Split Second vorbei, bis man an Singenor rankommt hier im Booklet. Fand ich merkwürdig. Also wirklich eine ganz komische Entscheidung von Digidreams in dem Fall. Mir gefällt aber trotzdem die VHS-Optik. Passt natürlich zur VHS-Edition zwingend, dass hier die Videokassette drin steckt. Vielleicht hätte man das Media Book auch ein bisschen dicker machen können, damit es halt wirklich diese VHS-Optik bekommt. Weil das haben ja viele VHS-Editionen, dass sie dann entsprechend die Originalbreite von der VHS haben. Aber gut, ist jetzt wahrscheinlich eher den aktuellen Regaltrends geschuldet. Und soviel zum Inneren des Media Books. Ich schaue nochmal auf die Rückseite und gehe nochmal im Expliziten auf die Features ein. Und hier enttäuscht mich das Media Book richtig hart. Also da war ich wirklich, wirklich krass enttäuscht, weil wir haben zwar als Bonus diesen zweiten Film mit Rutger Hauer, aber ansonsten nicht viel weiteres Feature-Material. Zumindest ist hier nichts aufgeführt. Ich habe, wie gesagt, auf Split Second nicht nachgeschaut. Auf der Blu-Ray von Syngenor gibt es noch einige sehr merkwürdige Features. Also da wurde irgendwie die Promotour des Films in Japan begleitet. Und es gibt dann irgendwelche Ausschnitte von David Gale, wie er in Japan zum Beispiel irgendeinen Tempel besucht. Das ist dann irgendwie so ein 5-Minuten-Video, wo er dann vor so einem Schrein steht und überlegt, wie er die Glocke läuten soll. Und keine Ahnung, also sehr, sehr merkwürdiges Bonus-Material, was hier, wie gesagt, nicht mal genannt ist auf der Rückseite. Also ist relativ unbedeutend. Und ich fand es auch uninteressant. Also es gibt jetzt keine wirklich geilen Interviews oder Making-Offs oder so wirklich. Also wirklich enttäuschend von der Seite her. Also muss man jetzt abwägen, sind einem die Features wichtiger zum Hauptfilm oder nimmt man in Kauf, dass die wegfallen? Und man hat lieber noch so einen zweiten Film, den man vielleicht auch gar nicht kennt, der wahrscheinlich eher so vom Krabbeltisch normal zu finden ist. Aber das hat mich doch sehr, sehr verwundert. Also ich habe das Konzept von diesem Media Book nicht ganz verstanden. Die VHS-Optik ist ganz klar. Die finde ich toll. Und auch das Cover und alles gefällt mir gut. Das booklet, wie gesagt, verkehrt rum. Also warum ist Singe nur hinten dran? Und die Features, die nicht genannt werden, beziehungsweise ganz merkwürdig zusammengestückelt wirken so, okay, wir haben noch Speicherplatz, wir packen noch was drauf. Und der zweite Film, der nur auf der Rückseite in so einem schmalen blauen Späldchen erwähnt wird. Ganz, ganz merkwürdig. Was das Gute ist tatsächlich, es war ein echter Schnapper bei Prez Media. Da habe ich den im Ausverkauf für 14,99 Euro bekommen. Das ist voll in Ordnung dafür, dass man zwei Filme bekommt. Und ansonsten würde der einen Neupreis haben von 29,99 Euro. Und bei aller Ehre, wenn jetzt Split Seconds nicht auch ein geiler Film wäre, dann wäre mir das einfach viel zu teuer für die Ausbeute. Und nur fürs Optische? Nee, ganz ehrlich, da ist mir das Media Book dann einfach zu merkwürdig, zu undurchdacht, zu merkwürdig aufgebaut. So ein bisschen hoppladihopp auf die Schnelle, gerade was das Innenleben angeht. Also da hätte ich mir doch ein bisschen mehr Fanservice gewünscht. Aber das ist mein Eindruck vom Media Book von Syngenor. Schaut es euch gerne mal an, vielleicht gefällt euch ja was anderes daran. Auf jeden Fall könnt ihr es euch bei Prez Media zum Beispiel aktuell günstig erholen. So, das war es mal wieder vom Trash-Taucher für heute. Ich hoffe, ihr habt mal wieder eine neue, schöne Empfehlung für euer heimisches Regal gefunden. Und freut euch schon auf die nächste Filmbesprechung hier beim Trash-Taucher. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir ein Abo, Daumen, Kommentar da. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Trash und out. Bis zum nächsten Mal.